Auf in den Kampf, Ikor. Das ist ein gutes Stichwort für die nächste Folge. Okay, mal gucken. Vielleicht sitze ich jetzt besser. Die Kontrolle über das Keyboard und so zu haben, ist echt wichtig für mich, finde ich. Also so sitze ich echt ganz gut. Vielleicht auch das Licht ein bisschen runter. Das nervt mich sowieso hell, wie es jetzt gerade ist. Dann müssen wir die Runde ja jetzt gewinnen, oder? Ja, ist ja jetzt Herrschaften. Das ist ein bisschen was anderes jetzt. Besonders, da wir wieder super high eingerankt werden. Auf jeden Fall. Was hast du, 25, glaube ich? Ja, ich habe 25 und du bist vier. Und das letzte Mal, ja, da haben wir natürlich auch mit Leuten zusammengespielt, die viel zu hoch waren. Aber trotzdem haben wir dann irgendwie Level 125er-Rap bekommen, ne? Herausforderung. Ja, das ist ja wieder eine Herausforderung werden. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich da einige Probleme noch habe mit dem, mit dem, wann ich was am besten mache und so. Das ist halt alles nicht drin, ne? Müsstest du wahrscheinlich öfters spielen. Ja, man müsste lernen, wie schnell irgendwas ist und was jetzt in welcher Situation am besten ist und so. Wenn man es denn spielen will. Ja. Sich zwingen bringt auch nichts. Ne. Wenn man meint, dadurch besser zu werden. Oder hofft, dadurch besser zu werden. Ja. Ja. Aber ich glaube, das Spielen an sich macht schon Spaß. Also ich mag Herrschaft an sich lieber als Handgemenge jetzt zum Beispiel. Weil da kannst du auch bei Herrschaft mal dich auf andere Sachen konzentrieren, ne? Das ist ein bisschen abwechslungsreicher als nur zu kämpfen. Minions abschlafen. Minions herumrennen und irgendwelche Punkte einnehmen. Mhm. Irgendwie beruhigt mich das mehr und das macht mich weniger stressig, wenn ich das spiele. Okay. Ja, zum Beispiel die letzte Runde, die wir gerade gespielt haben, ähm, die hat mich ein bisschen geärgert. Weil du reparieren konntest, oder? Ja, ich hätte gewinnen können, aber ich war zu schlecht und jetzt hätte ich zum Beispiel irgendwelche Taktiken nutzen können, indem du gleichzeitig mit angreifst oder so. Ne? Naja. Bei Herrschaft ist das möglich. Spielen wir noch ein bisschen Musik mal ein. Musik? Ja, jetzt brauchst du auch noch machen. Ich hab jetzt die Musik angemacht, aber es bringt nicht viel, weil jetzt geht's nämlich schon los. Mhm. Kein Sai. Ja, mein Bot bei uns, das ist schlecht. Naja, vielleicht wird nur noch was heißt. Aber Desardret ist Level 47. Mhm. Ich glaub, ich dreh dich mal ein bisschen auf. Ich glaub, du bist nämlich da ein bisschen zu leise. Bisschen leise, ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab dich jetzt leider gemacht. Oh nö, der Neue ist wieder bei den Gegnern dabei. Und die, 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 die Tante, die ich nicht mag, ist auch da. Die mit, die zweite von hinten. Mhm. Die kennst du inzwischen, dass ich die nicht mag, ne? Ist die mit dem, mit dem Köpfer am Kettel, oder? Ja, ja. Hier war jetzt mal auch Kappts. Die waren jetzt so der Burner. Das Problem ist immer, dass du ihre Sachen parryen musst. Und zwar jedes Mal. Du weißt, was parryen im Vergleich zu Block ist, ne? Ja, angreifen, wenn sie angreift. Oder? Ja, immer Rechtsklick aber, ne? Mit Heavy muss man angreifen, um zu parryen. Auf die Seite, die sie angreift. Ah. Ja, gut. Kannst du eigentlich, weiß ich nicht. Das ist der Parry. Also das heißt, wenn ich von rechts angreife, dann müsstest du rechts und im richtigen Moment Rechtsklick machen nach rechts. Wenn du das so eingestellt hast. Natürlich nur dann, ne? Ich hab nichts umgestellt. Ich sag mal so. Okay. Ja, dann ist das so, wie ich es gerade erzählt habe. Oben wird wieder von oben geschossen jetzt. Und jetzt geht's los. Ich bin wie immer bei B, ne? Okay. Schau ich mal nach A. Sehr gut. Und dann ein paar Punkte. Ein paar Punkte Gathering. Mhm. Solle A eingenommen. Solle C verloren. Okay. Okay. Ja, cool. Zwei. Ich bin tot. Ich bin ganz so schnell. Zwei ist ein bisschen zu viel. Die beiden, die ich nicht kann, waren beide in der Mitte. Oh, einer ist gegangen, oder? Oder ist gekommen? Oder ist jetzt, die Botte ist jetzt weg. Ah, okay. Ich will es nicht zeigen, wie gut Dragon Legends 4.1 ist. Aber ich bin gerade auch nicht gut gewesen. Ich konnte einen töten. Sehr gut. Ich komme zu B. Aber A wird gerade eingenommen. Aber Dragon Legends ist da. Aber zu A kommen mehrere Personen. Geh mal zurück zu A, bitte. Ja, ich muss die B gerade klären. Ja, ich klee jetzt B zu Ende. Dann helfe ich die mal auf C, weil da ist nämlich keiner. Schnapp mir C und dann komme ich zurück zu A. Ja. Oh, Art of Stabina komplett wasted. Okay, sie sind nicht so gut. Es geht. Es ist möglich. Es ist möglich. Na dann. Bleib mal so lange wie möglich auf C. Geht es bei euch auf A? Ja, ne? Sieht da noch aus. Geht noch, ne? Ja. Okay, das muss ich nicht. Geht es bei dir? Nein. Aber ist nicht schlimm, ne? Okay, ich bin tot. Schlecht, aber nicht schlimm. Mach lieber B anstatt damit zu kloppen. Das ist nicht so wichtig. Geh lieber da weg jetzt. Er ist schon spät. Er ist schon spät. Er ist ohne C verloren. Aber weißt du, ist so schlimm? Wir liegen mit der Punkten vorne. Oh Mann. Unser eine Dude ist in den Tod gesprungen. Glaube ich. Ne, er hat einen getötet. Das ist alles gut. Der wird von B, äh von C runter. Ne, A ist es. A nach unten nach B gesprungen sein. Ja, geh mal hoch zu A bitte. Da kommt nämlich jetzt jemand. Oder der ist schon da oben, okay. Ich helfe hier unten mal. Nicht schlecht, Iker. Ich wollte ihn treffen, aber der ist nach hinten. Ich gehe mal nach oben zu A, Iker. Vielleicht kannst du nur hüpfen auf ihn, ja. Ja. Unter anderem war das auch der Plan. Aber es ist jemand oben, das doch hier kommt. Hallo. Hey, ich muss erst mal noch seine Angriffsmuster verstehen. Okay. Seine Angriffsmuster habe ich nicht verstanden. Achtung, er kommt. Er ist tot. B ist tot. Gut, dann ist er runtergesprungen. Aber wir brauchen trotzdem A wieder. Und es ist nämlich einer von denen auf A. Geh mal zu C und hol C, wenn du kannst. Ja, ich versuch's, aber ich glaube, dass das nix wird. Ja, C mal anders hol C, sehr gut. Dann hol ich mit Deseret zusammen A wieder zurück. Zone C, eingenommen. Hm. Zone A, eingenommen. Wir haben A wieder zurückgeholt. Der Deseret und ich. Gut. Aber da kommt glaube ich noch auf. Nein, nein, die andere Tante ist da. Die ist sauer, weil ich die vorhin erledigt habe. Zu dritt ist zu viel, Ikor. Geh mal wieder raus. Sorry, tut mir leid. Ähm, ich gehe mal eben runter zu B dann. Ja. Weil wir brauchen nämlich mehr Points. Zone C, verloren. Ich bin aber nicht offen zum Glück, okay. Gut, dann gehe ich zu C. Kommen sie zu A zurück, kann das sein? Ja, C ist wie los. Ja, ist nicht schlimm. Aber wenn sie zu A kommen, muss Bescheid sagen, ne? Ist das über A, ne? Zweimal, zweimal A, äh, A meine ich natürlich nicht zu. Zone A, verloren. Ja, das wusste ich jetzt nicht, ob das wäre. Ich habe mal hier C uns geholt eben schnell. Und bleib jetzt mal kurz hier, um Punkte zu holen, bis die hier da sind. In der Zeit könnt ihr mal A wieder zurückerobern. Mhm. Oh, naja. Ja, aber halt auch müssen es gehen. B kommt dann nach, nachdem ihr A habt. Ich will immer genug Punkte haben. Oh, hier habe ich sogar den Punkt. Dreimal auf A. Ja, ist okay, ich habe ja C. Dann sollen sie auf A rum. Nervt die, aber auf A ist gut. Ich passe auf, dass C nicht weggeklaut wird. Und irgendwer sollte zu B gehen eigentlich. Aber Deseret ist leider auf A. Und Dirk und Lücken, ich mache gerade nichts. Das ist gut. Jetzt können wir uns in C. Okay. Okay. Ja. Ja, gut, ich bin tot. Es waren drei. Okay, ich mache jetzt B. Und dann gucken wir mal nach A. Ich bin jetzt bei A, ja. Okay, A sind zwei, C sind zwei. B gehört uns. Okay, wir müssen A zurückholen. Das ist gerade wichtiger als C. Aber die haben wieder C verlassen. Sehr gut. Dann holen wir uns C. Ja, das war nicht durch deren Schuld. Ja, jetzt haben wir zwei, weil jetzt A. Ich komme zu A. Ich komme zu A. Eigentlich müssten wir B uns holen. Okay, ich hole mir erst mal A. B. Die springen wir sonst aus dem Kopf. Ich muss erst B machen. Bei B ist... Okay, bei B war einer. Ja, bei A ist einer. Ich muss erst A machen, bevor man nämlich auf den Kopf hüpft. Bist du bei A? Ja. Ja. So, du kämpfst das. Ja, ja. Ja, okay. Ich weiß halt auch nicht alles von dem Moveset von ihm, ne. Und jetzt habe ich wieder zwei. Ja, ich bin tot. Ich bin ein bisschen eingebrochen. Ihr müsst unbedingt B holen. Oder jetzt... Zwei gehen zu B-Runde, ja. Achtung, Kopfspringer. Achtung, Kopfspringer. Jetzt. Leider. Du musst C holen. Unbedingt. C. C. Ja, das ist gerade frei. Das kannst du dir holen, weil da keiner ist. Dann haben die sozusagen einen Umschwung. Weil wir dann wieder frei sind. Bitte lass es funktionieren. Lass es funktionieren. Lass es funktionieren. Lass es funktionieren. Lass sie so dumm sein. Lass sie so dumm sein. Scheiße, reicht nicht mehr. Ja gut, dann lass dich töten. Das bringt nichts mehr. Ja, drei Stück sind da. Naja. Ja. Wir konnten bisher nicht so erfolgreich das darstellen. Zuerst haben wir alle Sachen verloren, die wir aufgezeichnet haben. Tja. Ist halt vorne. Ja. Ja. Versuch mal einen anderen Charakter, der dich vielleicht anlächelt. Aber, ja. Ich glaube, dass Orashi vielleicht nicht deine beste Stärke ist. Ich brauche einen, der gut lights kann. Gut. Gut. Wir probieren mal was. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017